Herzlich Willkommen Leute zu Dead Space 3. Ja, hier sind wir ja stehen geblieben, haben noch uns um die Necromopfer gekümmert. Während wir natürlich auch hier einmal absteigen mussten, war natürlich eine heftige Schose. Ich hatte danach hier gespeichert, musste natürlich den kleinen Teil wiederholen, also das heißt nochmal runter und dann hier die kleinen Kriecher erledigen. Das Beste ist, ich habe noch einen kleinen Erfolg oder Trophäe, wie es hier heißt, bekommen, nämlich, denke mal wegen dieser Säure. Also, das stand ihm wie saubere Arbeit, da war so ein grüner Fleck. Ich denke, das war für die Säureattacken, ja, die hatte ja immer eine Knarre. Aber, wir gehen jetzt weiter mit dem Aufzufahren mal runter und jagen den guten Danik. Und ich hoffe, wir kriegen ihn. Ha, was heißt hoffen? Isaac, langsamer! Wenn Sie sterben, hilft das niemandem weiter. Mit einer Sache hat den Orten recht. Es gibt kein Zurück. Wenn ich auf diesem Eisball krepiere, dann zusammen mit Danik. Ja, so sehe ich es auch, denn schließlich haben wir durch ihn Ellie verloren. Was? Und wir wollten natürlich Danik erwischen. Erstmal erledige ich hier, äh, wollte ich. Die verdammten Scheißsoldaten. Ja, ja, ist klar. Haut ihr ab. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ja, ja, keine Angst. Ich bin unterwegs. Oh, ich kriege ich noch. Was ist das hier? Äh, da kommt noch was. Ich meine, ich habe ja genug Medipacks, habe ich mir vorhin angeguckt. Nochmal Medipack. Ein bisschen Clip verbrauchen kann man ja. Ja, so, dann versuche ich es mit der Waffe, mit der Plasma Cutter. Oh, oh. Oh, ein Rahmen. Das werde ich natürlich mitnehmen. Was opfer ich denn? Hier sind nur fünf Clips, die kann man entfernen. Den Rahmen noch mit. Ich meine, für die fünf Clips werde ich jetzt kein gezählter Anfang. So, hier sind Clips. Ich hoffe, das war es jetzt alles. Äh, ich schaue aber noch mal ganz kurz. So. Ne, ich glaube, das war's. Dann gehen wir mal weiter auf die Jagd. Und ich hoffe, dass wir Danik jetzt gleich erreichen. Vor allem finde ich das jetzt nicht so schlecht. Ist richtig geil gemacht. Anzugteam. Hört? An der Wand? Oh, verdammt. Auf. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ah, erst mal nicht das probiert. Ah. Da. Haha. Ist doch geil. Oh, da kommt noch einer geflogen. Oh. Verdammt. Auf. Ja. Das macht jeder von alleine. Das ist doch super. Nee, nee. Na, komm. Schnell. Ja, zum Glück zieht das nicht so viel ab. Oha. Ach nee, denn da für Faxen. So schnell bin ich auch nicht. Ah ja, ich hab ja Stase. Hab ich vergessen. Na, komm. Hahaha. Hä? Sie zielen noch von da unten? Nö, bin doch nicht doof. Ach, vielleicht krieg ich dich. Nein, ich krieg die nicht. Ich krieg die nicht. Ne. Leider nicht. Gut. Um die kümmere ich mich gleich. Äh, stillhalten. Äh, still. Äh, sehe ich so doof aus, oder wie? Neu, äh, noch irgendwelche Wünsche. Oha. Uh. Schließen können sie. Muss man den lassen. Die sind ja besser als die anderen Kollegen vorher. Ah, was war denn hier? Einen kleinen Midi-Pack. Auch wie niedlich. Ja, das packe ich erstmal ein. Beziehungsweise. Ich muss es entfernen. Sicherheitsschutz. Ja, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wofür eigentlich nochmal ist. Naja, ist egal. Wer ich ja schon früh genug herausfinden. Oh, oh. Jetzt wird es wieder kompliziert. Nein, nein, nein. Ah. Äh, so einmal rüber. Äh, so mache ich das. Äh, ja. Das wird jetzt sicher kompliziert. Äh. Na komm. Oh, herrgott. Das ist ja für mich eine reinste Katastrophe gerade. Ah, jetzt reicht es auch mehr. Und rüber. Ach, es geht. Ja, aber ich finde es immer wieder geil. Also, für alleine. Ja, ist schon eine kleine Herausforderung. Finde ich immer wieder gut. Anzug-Station. Ha. Ich hatte es im Gefühl. Ein neuer Anzug ist verfügbar. Ja, wie geil. Aber wie geil. Geil, neuer Anzug. Aber erstmal gebe ich dir erstmal ein paar Klamotten ab. Stark. Anzug. So. Äh. Moment, haben wir da was zum Abgeben. Sollte ich noch ein Stase-Pack einpacken? Ich glaube, das kann man ja machen, ne? Lehn mal den hier ab. So. Die Waffen behalte ich mal. Das sind eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Äh. Klipp. Dann hören wir uns erstmal das hier an. Na komm. Abschalten. Wir dachten, das wäre die Antwort. Aber wir wurden getäuscht. Der Mond ist die Quelle des Signals. Des Wahnsinns. Mach uns vollkommen. Abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Und wir waren dumm genug, sie zu befolgen. Aha, jetzt verstehe ich, dass dieses Abschalten, was man immer so sagt. Mann, hört sich ja brutal an. Dieses Abschalten war anscheinend von dem Markersignal selbst. Also anscheinend von dem Mond. Ha. Lustig. Oh Mann. Naja. Erstmal. Elite-Anzug. Leider hört sich doch vielversprechend an. Wie sieht der aus? Nice. Na ja, damit. So. Zack. Mondenschau. Und? Oh yeah. Das sieht doch mal geil aus. Oha. Auß da, will ich sehen. Gutes Licht, gutes Licht. Haben wir hier gutes Licht? Nice. Älter ist doch mal fett. Und dann auch mit dem Visier da vorne. Also, das kommt mir jetzt wirklich so Splinter Cell mäßig rüber. Ist doch geil, ey. Ja. So fühle ich mich jetzt irgendwie viel cooler und viel sicherer. Er ist doch stark. Ne, drehe dich mal so ein bisschen, dass man nicht sehen kann. Ja, finde ich fett. Platine finde ich noch fetter. Ihr Inventar ist so voll. Nehmt mich denn hier für Sachen mit? Jetzt will ich es verarschen, habe ich schon wieder mitgenommen. Ist doch nicht wahr. So. Die näher. Zwei Schaden. Das ist doch gut. Aber das gebe ich direkt wieder ab. Denn, äh, wer weiß, was wir noch so erwischen. Irgendwelche Rahmen, Waffen, Spezialitäten. Ich bin gerade doof, was ich gewählt habe für ein Wort, aber ist so egal. So. Hä, hallo. Da. Dann geht es mal weiter hier. Ich wollte gerade sagen, ich sehe verdammt cool aus, aber das Geschrei gefällt mir gerade nicht. Ach, du, schon wieder. So. Ja, wir kleinen Mistviecher. Oh, verdammt, oh, verdammt. Zack. Domba. Gibt es nicht. Ja, der macht ja Faxen. Der macht Faxen hier. Wie oft willst du in diesem Körper noch? Ach so, ist ein anderer jetzt. So, reicht das jetzt? Sind wir fertig? Danke. Oh, du. Hä? Ach so, er hat sich. Ist er abgesprungen? Ein spielte toter Mann. Wie geil ist das denn? Ich habe jetzt gesagt, der hat irgendwie so einen Fehler gehabt, dass er meint, jetzt hier rauszuspringen. Oh. Oh, mein Akku ist gleich leer. Egal, wird weitergezockt. Die paar Minuten halte ich nur aus. Das schaffen wir schon. Ist ja optimistisch. Oh, Jemini. Ah. Na, sollen wir mal probieren? Wie lange hält mein Kontrollerkku das aus? Ach nee. Oh, verdammt. Oh. Ja, 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 ja. Wir schießen, wie ihr wollt. Ich bin supergeil gepanzert. Und seht cool aus. Oh je. Oh je. Okay. Alles, geht probieren? Was? Ach so. Schliess. Okay. An dem schnitt vorbei. Wir haben das faustdick hinter den Ohren. Oh, verdammt. Hier ist los. Los, los. Hier ist an der Wand über. Jetzt nicht das Vieh wieder. Nicht das. Nee. Was bist du denn? Nö. Oh, nee. Ach, du bist Rosetta. Du lebst wieder. Oh, verdammt. Scheiße. Oder ein anderes Alienvieh. Jetzt als Necromorfer. Bleib bei den Namen Rosetta. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nein, nein, nein. Ach, ich hab ne gute Landaufdauer. Weg da. Boah. Kann man gegen so nen Vieh überhaupt gestehen? Oh, 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 oh. Ah. Ah. Nimm das. Na los. Nein. Alter, ist das viel groß, ey. Wie viel hältst du denn aus? Meine Fresse. Rosetta, Rosetta. Aber jetzt muss man sagen, hast du aber ganz schön viel, ähm. Ach, sag mal schnell, Items hier liegen lassen, du. Naja, nicht schlecht. Ist ja ganz und ja nicht schlecht. Gefällt mir schon. Ich hör ein Geräusch. Bin nicht bekloppt, ich hör's. Jetzt tauchten noch die Aliens als Necromorfer, sprich die Rosetta auf. Ich bleib bei den Namen. Rosetta. So nenne ich jetzt die Aliens. Verdammt, aber wenn einer schon so stark ist, was passiert dann bei mehreren? Oh, ein Schema. Oh, ein Schema. Sperrgewehr. Das klingt ja mal geil. Das war hier. Aber wieder so ein Standardrahmen. Da bin ich jetzt wieder voll, war ja klar. So, zack. Das war ja nicht. Ich würde mal sagen, dann ziehe ich hier von dannen. Gehen wir mal hier weiter. Fortschritt wird gespeichert. Das ist schön. Ich weiß, es gibt immer noch hier einen Bergkampf. Na gut. Ich muss was. Bleibt ja nichts anderes übrig. Und ab geht's. Juhu. Rosetta. Nein. Oh oh. Nein. Nevis. Die explodiert. Oh Mann. Oh. Die sollte nicht so lange rumtouren. Oh, Rosetta. Oh nein. Probella. Probella. Hallo. Da ist Probella. Hallo. Oh, verdammt Rosetta. Schnell durch. Schnell durch. Oh. Oh, ecklich. Oh. Äh. So. Oh. Äh. Hallo. Nein, 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 nein. Schnell. Ab. Ab. Tee ab. Nein. Oh. Alter. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an. Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Mach deinen Weg frei für die Landungsschiffe. So, fort. Kapitel 17, seltsame Stadt. Isaac, alles in Ordnung. Carver, er ist hier. Er will zur Maschine. Kommen Sie an ihn ran? Ich versuch's. Finden Sie einen Weg in die Stadt. Ich hoffe, wir treffen uns unterwegs. Ja, und Alien-Ruine. Alter. Ja, ganz schön tief jetzt aber, ne? Also, geht's hier Richtung Planetenkern oder was ist hier los? Na ja. Ich sag mal so. Lustig wird's nicht. Und das mit Popeller war ja auch echt jetzt mal eine geile Aktion. Ah, ich kam aber nicht in Schwitzen. Ach, Quatsch. Nicht doch nicht. Natürlich kam ich in Schwitzen. Ist hier wo kloppt? Vor allem hört ihr die Geräusche im Hintergrund? Die Aliens oder Necro-Aliens schreien hier ganz schön durch die Gegend. Ein bisschen für Strom sorgen. Dann gibt es eine Werkbank. Die werde ich erstmal gleich nutzen. Ein paar Sachen abgeben. So. Ich dachte, ich hätte mehr eingepackt. Aber egal. Werde ich jetzt erstmal gucken. Stasepack. Pack mal den hier auch noch ein. So. So, tu mal das hier weg. Ich denke mal, ich tue mal vor, ich habe ein paar Clips weg. Ich bin nicht mal gleich mutig. Pack erstmal die Sachen hier ein, die ich liegen gelassen habe. Na, da habe ich das jetzt auch. Ja, habe ich. So, dann wieder zurück. Wusste, da blinkt der was. Ein Alien-Akte-Fakt. So, gucken wir uns natürlich an. So, ich erwähne es zwar immer wieder gern. Einfach mal Stop drücken. Durchlesen, wer Lust hat. Danach wieder auf Play. Dann geht es natürlich auch weiter. Was auch Sinn macht. Wenn man wieder Play drückt. So. Ein, aha. Ich sage ja, die Geräusche sind so geil. Voll einladend. Und dass das Eis so bricht. Auch geil. Ei, ei, ei. So, was habe ich jetzt vor? Naja, wieder Zwergbank. Ich finde den Anzug so geil. Ach, das ist doch schön. Eine Menge erlebt jetzt in diesem Part. Geben wir noch das hier ab. Dann würde ich mal sagen, reicht das so fürs Erste. So. Da haben wir doch alles. Na, alles supi. Waffen sind sauber. Ich glaube, ich bleibe auch so bei der Konstellation. Ich glaube, ich werde gar nichts mehr ändern. Dann, vielleicht fällt mir da noch was ein. Dann werde ich es natürlich machen. Aber Leute, ich setze jetzt hier einen Cut. Und dann schauen wir mal weiter, was uns hinter dieser Tür erwartet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Okay.